genesegt jenes 6 ein deck was viele spieler gehasst haben aber auch viele gleichzeitig gespielt haben ein super stark war das war richtig krass gegen 16 auch mal ärgert mich ärgert mich ich will mich nicht spielen lassen bitteschön warum gar nicht großartig durchgehen außer vielleicht ist ein kampf pass ziehen aber was cute natürlich mit leider kein kampf pass wie kampf pass denkt man ein zwei euro karte so aktuell immer gut aus fusionsangriff schade schade mag ich nicht bis morgen